so jetzt brauchen wir das dritte totem noch und dann haben wir sie schon das war wenn ich über die brücke glaube ich nicht oder das ist ja nicht gemerkt wir gucken mal ja du kannst mich jetzt mal gerne haben hier doch dahinten ist das dritte und oben wie einladend einmal mitnehmen einmal randrücken zwei quests erledigt wunderbar jetzt schon wieder zurück zum abgeben und da kriegt man jetzt in folge questen boss um kloppen das wäre es ja wenn wir alle wieder abgeben ne kabo kabo ja also runterlatschen alles abgeben ich guck gerade an der abkürzung wir müssen den ganzen bergmitte hier runter krabbeln müssen so da lang wenn zumindest mal ein paar meter weg sparen hier ist das rondell scheiße so viel zum weg sparen geht es jetzt wirklich noch weiter rein ich glaube hier ist ein rundgang hey sackgasse ja noch besser jetzt wollte ich mal drei meter weg sparen weißt du denn gleich reingelaufen naja gut so ja was mich ihr auf agro ich weiß so bitte so ist das auch nusser kasse da hinten was so aus naja ist auch eine jetzt wollte ich hier drei meter weg sparen dann gleich reingelaufen 50 meter um weg damit es mal einen schönen fortschritt hier gemacht mal gut vorwärts gekommen wir haben noch dailies wo noch eine halbe mio ep reinpressen können mit halbe mio war das naja halbe million werden wir jetzt schon rechnerisch bei 4 1 etwa also können ja noch eine ganze stange an quests raushämmern also halbe million gerechnet wenn wir die 300 voll haben aber wir haben ja noch andere dailies zum raushämmern das heißt weil wir hätten wir genügend zum abgeben 8 schade zur not langzeit nicht oder wir gehen irgendwo noch schnell ein paar mops umknüppeln dass wir die noch voll machen das wäre jetzt nicht das größte problem da muss man wieder darum und daraus genau so da lang wird dann gehen wir jetzt mal runter noch quests raushämmern wenn wir nicht mit zur falken klippe hoch müssen dann port ich mal in die ob sie feste runter wir haben mal die ganzen dailies raus quests überhaupt mal alle rausschmeißen da lang so dass wir jetzt auch mal und hier verkaufen vor allem das war mal das inventar der kriegen wobei verkaufen kann man glaube ich auch hier freiluft und da kann das geschenk 166 stück schon davon keine ahnung was zu bringen ja ja das war mal man muss mal gucken wir hier verkaufen können dann machen wir das hier aber in die ob sie feste müssen wir eh wegen den dailies weil die kriegen wir nur dort gibt leider kein anderes daily brett hier in der nähe dementsprechend müssen wir so oder so in die obsidian feste runter porten so wird da wenn wir jetzt müssen was los gibt ja ähnlich die verzierung der stunden federn kannst du selber überlaufen und penner das sind drei meter willst mich verarschen traumform verräter in sturmhöhe boah alter willst mich verarschen und auch ne quest das kann ich ja jetzt sein sturmhöhe barbaren ach nö scheiß die wandern das darf echt nicht wahr sein ich glaube viele viele dinger mittlerweile ihre bonis verloren ne ah ne ja gut schmuck der ist eh nicht aufgewertet was denn das ach so ich dachte eben teilweise haben sie noch ihre modis aber teilweise sind sie auch schon raus gelaufen aber wobei gar nicht so viele ah die hammer hebe ich mir dann aber eh auf da müssen wir dann eh nochmal nach shoppen gehen dann äh so ich wollte jetzt mal hier verkauf wie kowski machen so 191 karten wir eben auf tasche so machen wir hier mal kurz tabula rasa zack 40k gold ja das ist so so 770 schon mal noch auf bank ja gut so ja man sieht leider nicht was man auf der gelten bank eingelagert hat schade so jetzt sind wir wirklich schon mal da hoch hier und ob motti wissen ob motti sie kann nicht verfolgt werden er ist denn ob motti normal mit ok wir gehen jetzt mal runter noch ins lager hauen da noch die quest aus die fertig sind und dann porten wir jetzt mal rüber nach zur obsidian feste dass wir da auch mal dailies alles raushauen können weil da mache ich nämlich auch gleich eine aufnahmepause denn ich muss das ganze noch schneiden hochladen pipa pro ähm ja dass wir folgen pünktlich rauskommen dann ja aber ich kann ja nach dieser runde ohne weiteres nochmal aufnehmen das ist ja gar nicht das thema nur wie gesagt man sollte mal gucken wegen schneiden dann alles hochladen tralala blub so da sagst antwort fertig ok prüfen geile und neuen tipps äh wo sind wir denn hier handlanger spindeglied zwischen der sturmhöhe und der obsidian fester ja müssen wir uns auch mal wiederholen die titelwährung ne damit war ja damit wir ganzen abzeit titel auch mal wieder rein hämmern können ok so wo müssen wir die alle abgeben da hin schützen ach der ist da drüben ok gut dann porten wir mal back mal wieder raus aus dieser trostlosen gegend hier und ähm geben wir jetzt mal quests ab hier vor allem dass wir auch mal mit dem questbuch wieder platz kriegen so willkommen zurück so ja jetzt können wir mal bestraus scheppern hier äh so wo fangen wir an handwerksplatz gut so zack mal gucken ob wir die geschenke dagegen was wird die hier irgendwie mal so eintauschen können loswerden können wir auch immer machen das wunschbrunnen ach was wird das noch ok ja müssen wir irgendwann mal gucken ähm so abgeben einmal da lang gut so zack und fertig wunderbar so nächste runde ähm handelsplatz gut sagt gute händler genau blablabla blub ähm ähm gottisch wieder vergessen handelsplatz äh dann haben wir auch mal die ganzen dailies raus so zack zack 160 karlpeg na sehr schön ähm da müssen wir mal gucken glorienplatz ähm können wir die hier irgendwo abgeben die teile karlpeg alchemist garris 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 geschenk blick aus der ferne garris geschenk blick aus der ferne schlittenfragmente magische steine renntiere ok schlittenfragmente magische steine renntiere ok haupttor von baranas haupttor von baranas haupttor waranas haupttor waranas ok so dann probieren wir das mal aus quest angenommen 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 jetzt sind alle an aber gibt keine ab so viel dazu ach das war ja die kacke ich nein scheiße stimmt der hockt da oben ok ok suche ja ich war auch nie alt haupttor annahmen nur weg genug material ja das ist doch meine idee ach kacke stimmt da ist vergessend hat der leguan kaktusfrüchte blüten stacheln scheiße stimmt da ist halt verpennt na da und äh boah scheiße stimmt hab ich ganz verpennt naja ok ja gut aber den ein klick mehr oder weniger den kannst du auch selber machen scheiße frontbeamter hm krieg der weltpunkte aha hm auch gut ok ok ähm hm hm dann kann man noch eine daily raushauen ok was für auch was auch immer für eine das ist ich weiß es nicht so hm 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 das ist ein normale quest weil die blau angezeigt wird ne ach 3 sogar guck mal bereit machen für den kampf Na, das, was am meisten Knete bringt. Zack. So. Neuer Titel. Heldenhafter Bezwinger. Na. Da. Okay. Zwei neue Titel direkt bekommen noch. Titel sind da so ein bisschen die Erfolge hier drin, die man machen kann. Gibt ja aber auch schöne Belohnungen für teilweise. Also die Stats alleine, die man als Bonus-Stats nochmal oben drauf packen kann. Ist ja nicht gerade wenig. So. Wo können wir jetzt noch was loswerden? Das sind alles Normal-Quests hier. Zum Annehmen. Ich flieze mal eben noch nach Varanaz schnell rüber. Das machen wir jetzt mal. Schlachtenplatz. So. Flieze mal eben nach Varanaz rüber. Gucken wir mal bei dem NPC, ob wir da nicht was raushämmern können. Äh, so. So. Sturobold, Varanaz, zack. Ein formschöner Lade-Screen. Und beachte den rasenden Fortschritt des Ladebalkens. Und beachte den rasenden Fortschritt des Ladebalkens.